ja halli hallo und herzlich willkommen zurück wir sind in herrers garten und da vorne sehe ich gerade da blinkt schon wieder das schaut doch aus wie wenn da irgendwo eine kiste wäre und das werden wir jetzt gleich mal probieren wieder mit unserem licht ja genau und hier ist die kiste jetzt entstanden und die holen wir uns dann wenn wir da irgendwo wieder irgendwann hinkommen ich hoffe es so jetzt muss ich mal kurz nachdenken ich habe mir überhaupt keine ahnung da war irgendwie da kommen jetzt glaube ich nicht durch was ich glaube ich oder doch doch nicht woher kommen schon durch allerdings das war ziemlich kompliziert glaube ich dass was war da was war da kann man hier war da was der boden ist was der boden ist mit einem text beschmückt geschmückt wer den stein des hyperion besitzt kann die wahren wege der götter erfahren schauen sie in den stein und erkennen sie die wahrheit war okay ein stein ist da drinnen genau und ich muss den zweiten stein wahrscheinlich in die sauge einsetzen okay das ist vision ich mache das jetzt okay ist das jetzt was das macht alles richtig hätte mache ich das richtig jetzt okay jetzt bin ich da oben die augen der staaten haben sich geschlossen der effekt ist verschwunden okay komme ich da ich kann da ich weiß nicht was ich da mache ich hoffe wir schaffen das irgendwie was ist da jetzt okay da komme ich da jetzt runter war ich dort schon was ist mit ihr los so wo kann ich da muss ich darüber auch da ist auch kiste oder ja freilich da gleich mal rüber schnell ja 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 ganz gut ganz wichtig oder zweite minute waren sehr gut sehr gut damit auch schon zwei weil es sonst noch was geht es da auch rüber noch war da was wichtiges hat hammer ok karten das dann wieder hin wo gehört das wieder hin wo bin ich da jetzt ach gott es ist ja kompliziert wird alles ich habe das irgendwie mal da sitzt sie okay moment das kann man ja ist da irgendwo wieder eine optische täuschung ich habe keine ahnung ich weiß nicht egal wir gehen mal weiter hier ich muss da mal rüberspringen vorsicht wieder komm komm bitte gott sei dank so komme ich da aha da ist auch eine kiste aber wo muss ich jetzt hin wo muss ich jetzt hin da geht es ja auch nicht weiter stehe gerade an wo muss ich jetzt hin komm ich da komm ich da ah ok ah ah moment was ist da jetzt aha als hä jetzt verstehe ich es gar nicht mehr jetzt ist da offen ach gott kann ich das moment ich probiere was kann ich das jetzt verdrehen aber ich habe es kann man es drehen auch ja so moment ich probiere was dass das Wasser da runter rinnt geht das ja genau und jetzt sollte es und das andere auch runter gehen ich bin Wahnsinn oder ich bin ein Wahnsinn allerdings noch lang nicht fertig noch lang nicht fertig allerdings kann ich da jetzt ich kann das auch noch nehmen oder das werde ich vielleicht noch einmal brauchen auch oder ok du dummer sterblicher du wagst es uns zu trotzen glaubst du du kannst einfach so gehen noch sind wir nicht fertig was hast du getan was hast du mir angetan du feigling du zerstörst alles was du anfasst viel glück mit einer kleinen und der nächste gott jetzt gibt es keine frischen blumen mehr die einen ranken waren ja zu frisch zu grün zu satt oder hm hm gut gut ok das heißt wir werden neue Wege eröffnet sowas kann ich da jetzt machen mit dir die kann ich jetzt ah ok die kann ich jetzt kann ich die da ah da kann ich jetzt wieder was ah ok ok da muss ich ich habe eine idee schmeiße ich die mal daher da kann ich ja vielleicht das da jetzt hinschieben ich probiere was ich probiere mal was aus hallo das müsste sogar passen jetzt dann kann das wasser da vielleicht jetzt rüber das ende des pfades wird von zweigen ah ja war klar blödsinn ich muss zuerst kann ich moment das will ich hallo ich ach was magst du denn was magst du denn so will ich das verbrennt mal genau jetzt soll es gehen oder ich glaube jetzt geht es oder so jetzt ist das richtig ja genau 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 gut jetzt haben wir den weg hier jetzt kommt das ach gott das ist es ist nicht einfach und jetzt jetzt weiß ich nicht mehr weiter kann ich sie wieder nehmen kann ich die da reinschmeißen da oben wie komme ich wieder in die normale sicht komme ich überhaupt wieder in die normale sicht ach so ok stehe gerade an wieder so was muss ich jetzt machen brauche ich das jetzt noch einmal brauche ich den einen jetzt noch einmal da brauche ich nicht mehr das ist das ist fertig brauche ich diese ich habe gewusst das ist nicht einfach ich habe das gewusst ist da irgendwie ich komme da jetzt wieder zurück mal ok da bin ich jetzt am start war das der anfang vom spiel da ist zu das hat ja auch was auf sich das war ja eh schon vor am anfang wir haben zehn minuten ja das war das ist das schwere ich habe es gewusst ich habe es gewusst ich habe es genau gewusst da war ich auch noch nicht da hinten oder war ich da schon na auf dieser seite war ich noch nicht was mit dem kann ich doch irgendwas noch bewirken ok moment ich schmeiße noch mal darauf es geht dann glaube ich nach einer zeit dann ich probiere was aber ich glaube nein oder hallo verkehrt oder wenn ich das da nach unten schieb ist ja optische täuschung oder ja wohl sowas oder das schaut gut und jetzt komme ich rauf und jetzt kann ich sie da in den kelch reinwerfen oder ich denke schon hallo ich ich will sie eigentlich da reinwerfen ok jetzt geht das rauf bleibt das jetzt oben bleibt das jetzt oben komm ich da eigentlich ja so geht es auch ich dachte es geht jetzt nur von der anderen seite würde ich ja nicht mehr rauf kommen muss ja so sein muss ja so gehen so ok dann schmeißen wir die da jetzt rauf machen wir es so und jetzt genau jetzt geht das wieder rauf jetzt komme ich da oben hin oder genau aber ich will ja da ist noch eine goldene kiste ich will ja das noch alles holen wie zum Teufel wie komme ich da hin na schauen wir mal von oben hä was wie wieso hallo wieso komm achso das hört irgendwann auf oder das geht nur eine gewisse Zeit oder hallo hallo wie komme ich zu dieser goldenen kiste jetzt komme ich da nicht also blödsinn blödsinn so jetzt bin ich da oben es ist es ist katastrophal ne hä ok ach Gott da kommen wir wieder nicht ich stehe gerade an oh Gott das ist gar nicht so einfach wieder da da sind auch noch überall kisten wie komme ich dann ich komme da nicht mehr hin hm hm ist sie eh drinnen? ich sehe sie gar nicht ah sie liegt ok sie liegt eh drinnen aber aha da tut sich nichts mehr wir haben schon wieder 15 Minuten ne das haben wir alles erledigt da kann man nichts mehr machen da braucht man auch nichts mehr machen die eine kiste haben wir da hinten haben wir ok das passt das könnte ich jetzt brauche ich das jetzt noch einmal irgendwo aber für wo? wenn ich es noch einmal brauche für wo? für da? dass das ah vielleicht dass das immer schauen wir mal jetzt bleibt das bleibt das jetzt ständig? ja ich glaube jetzt allerdings ich will da da gibt es noch so viel zum holen ne? ich will noch gar nicht ich will da noch gar nicht drauf ich will da noch gar nicht drauf weil wir wenn wir vielleicht muss ich einfach von , auch von eine andere sicht der dinge trophäe halten ja aber ich will da noch gar nicht drüber ich es gibt ja noch so viel zum so viel zum holen da gibt es ja noch so viele kisten jetzt kann man immer zurück das ist schlimm na nicht so was wieder so kam noch eine oder kommt bitte lassen wir die ich habe es gewusst es ist es ist so schlimm es ist so schlimm mit diesen abwehren und ich habe gedacht ich bin das war es mit ihnen aber anscheinend verfolgen die mich wahrscheinlich bis zum spielende hallo du sollst die eine müsste ich noch erwischen warum erwischt ist nicht ich bin ein bisschen sauer dass es hier ich hoffe ich komme da noch einmal zurück aber wie es aussieht glaube ich nicht wie es aussieht so ich erwischt ja nicht mehr mehr ich kann da nichts mehr machen ich habe ich die blöden habt ihr nicht es ist einfach nur krank ich hasse das so viel es ist schlimm es ist einfach nur schlimm ich will doch nur darüber kommen zu dem es ist krank ich erwische es nicht nein ich spende nein nein nicht binden neustart vom letzten kontrollpunkt darauf bleiben wir mal vielleicht na ich weiß nicht der kann sich da nicht mehr festhalten bei der nächsten super super der jetzt sagt, dass das geht jetzt. Nein. Es geht nicht. Das ist das Dämlichste, was es überhaupt gibt. Mein Lieben, ich mache kurze Backpause, wir haben 22 Minuten. Ich probiere es dann das nächste Mal. Es ist ein bisschen schade jetzt gerade. Okay, gut, dann macht es gut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es dann wieder heißt, God of War 3 Remastered auf der Pläse 5. Bis gleich.